hallo freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge mine city hier in minecraft 1.15.1 so wir haben gestern hier eine kiste gebaut die automatisch unsere items was wir da reinlegen weg transportiert ich lege mal ein halbes deck rein das müsste eigentlich passen so das transportiert uns die items automatisch nach hier unten wie wir sehen ja ich habe gestern gesagt ich muss den weiter höher setzen das habe ich jetzt gemacht außerdem habe ich gemerkt selbst wenn wir den höher setzen dann kommt uns die hopper bahn von oben entgegen deshalb bin ich jetzt schon wieder eins noch mal nach unten gegangen das ist einfach notwendig damit das system so funktioniert wie ich das gerne hätte mit den kisten außerdem war ich noch ein bisschen eisen fahren aber so viel kam jetzt im moment nicht bei rum das muss auch gesagt sein so dann machen wir mal noch ein paar kisten weil wir werden viele 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 davon brauchen für einen hopper brauchen wir zwei kisten haben wir glaube ich gleich erstmal ausreichend kisten ich werde die aber jetzt schon mal platzieren weil dahinter muss ja die technik da noch so also wir müssen ein bisschen davon weg gehen glaube ich müssen dann noch mal nach hinten nehmen ist man nicht wir haben wir haben eigentlich schon richtig gebaut also lass mich mal kurz überlegen wir machen eins tiefer das wasser dann haben wir hier wieder ach nö bin ich jetzt doch wieder eins zu tief ich baue das jetzt mal auf ich baue das jetzt einfach mal auf wir haben hier hinten muss eigentlich an der obersten stelle das heißt hier muss diese verstärker geschichte hin mit der sortieranlage aber ich finde es zu niedrig ich muss noch eins höher gehen ich habe keine andere wahl ich habe keine andere wahl ich mache noch mal einen kurzen cut so einen cut später sitzt das ding jetzt relativ weit oben aber das passt nun hoffe ich doch ja das passt ich erkläre ich auch gleich warum wir bauen jetzt da kommt schon die hopper kommt da noch nicht so wir hatten ja am anfang ausgerechnet dass die kisten auf dieser ebene hier ankommen das heißt kisten werden hier platziert so so das sind unsere kisten dann kommen hier hopper dran zack 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 ja das sieht eigentlich soweit ganz gut aus und dann muss ich nach der schaltung gucken die schaltung habe ich mir aus dem internet raus geschaut jetzt bin ich gerade fast überlegen ob das doch nicht so funktioniert wie ich das möchte weil das wasser dann im weg ist auf höhe von dem zweiten pisten zweiten hopper es ist tatsächlich so es ist immer noch es ist immer noch zu niedrig ich muss noch höher gehen das kann ja wohl nicht wahr sein lass mich mal kurz überlegen weiß denn wenn ich das oben ins wasser einlaufen also wenn ich das wasser hier direkt davor setzt funktioniert das also im grunde so und dann hier nochmal ein hopper ja doch dem jetzt wahrscheinlich da unten gelandet aber ich muss ja trotzdem hier so ein verteiltrichter machen so aber die kiste kommt wieder weg so wäre das dann brauche ich vier hopper für drei kisten ich werde gleich gehen so dann kommt das so da fehlt natürlich jetzt gerade noch was so müssen wir das bauen dann würde hier direkt das wasser hin kommen ich weiß aber nicht ob das funktioniert habe ich dann könnte ich das nämlich dummige weise probieren ich weiß nicht ob das geht das müssen wir jetzt ausprobieren so dann pflanzen wir da mal wasser hin und hier in den spender hauen wir was fein und das müsste jetzt eigentlich hier unten ankommen okay das tut es das heißt es funktioniert dass ich das da halt ziemlich weit oben baue das passt also gut dann haben wir dieses problem schon mal gelöst gut jetzt müssen wir hier um die ecke weil da hinten soll ja das wasser rein und was wir jetzt noch brauchen ist diese schaltung dann müssen wir drei nach hinten in der mitte muss platz sein muss einer nach unten so dann haben wir hier ein comparator was auch immer dieser dinger macht ich weiß es absolut nicht aber es ist einfach so zwei redstone da drunter einen verstärker und da drunter eine redstone torch so soll das glaube ich aussehen ich guck nochmal gerade da ah ne warte der hat da hinten noch einen block sonst geht das signal wahrscheinlich nicht da runter also hier nochmal ein redstone so das hier ist jetzt unser habe ich es jetzt falsch gemacht in den obersten block also nirgendwo jetzt lass mich mal kurz überlegen ey das kommt vom wasser hier rein ich muss den obersten block triggern ich muss den obersten block triggern heißt für mich eigentlich muss das wasser da drauf fließen lassen so im grunde ich habe wieder kein ok das waren die pistons das wird so retz und lastig hier habe ich hier jetzt inzwischen clean stone oh ne jetzt kommt er schon wieder hier rein ich will bruchstein hier drin haben ich brauche nämlich stein oh das braucht so lange zwei stein zwei stein die logik von redstone die wird sich mir nie erklären so warte ich kann das ja auch mal kurz mit dem und das sit hier machen so und dann läuft nämlich das wasser in diese richtung weiter auf dieser höhe ist das so richtig ich glaube schon ich habe noch ein paar kisten ja so schnell werden die nicht ausgehen ja aber dann müssen sie alle in die gleiche richtung stehen also das geht ja mal gar nicht hier so nochmal nochmal das geht auch so ja dann ist es doch einfacher oder? alter wenn hier dann ein creeper explodiert alter dann dann rass dich aus da muss ich tatsächlich wirklich drauf achten das ist so jetzt hätten wir das dann brauchen wir noch ein paar von denen hier dann brauchen wir eigentlich noch ein paar noch einige ähm ich setze mal kurz hier drüben noch eine kiste ab für irgendwelchen baugram weißer beton wo habe ich denn den her so gut dann hole ich mal gerade noch ein paar ja steine und eisen haben wir hier ja auch noch drin dann können wir noch ein paar hop hop basteln hallo ah ok dankeschön so ich will das jetzt einfach mal zum laufen kriegen dass es theoretisch funktioniert dass es praktisch noch nicht komplett funktionieren wird das ist denke ich verständlich dafür bin ich einfach zu sehr noob so aber wir haben das jetzt drin ah jetzt habe ich keinen baublock mehr koppel koppel ist immer gut zum bauen ich glaube ich muss hier noch ein bisschen eins tiefer rein als äh versorgungsschacht habe ich die falsche spitzhacke die ist so langsam ja das ist schon wesentlich schneller ok ok gut ähm was haben wir hier für stärke die bastel ich jetzt einfach mal hier rein dann haben wir hier das da mit redstone torch dann haben wir oben drüber die steine so dann haben wir die comparator die gehen von gehen die weg oder rein der geht weg der geht weg ok ähm bam bam hier kommt das wasser was ich jetzt nicht bedacht habe ist dass das wasser natürlich nicht unendlich lang fließt das heißt wir müssen gleich nochmal gucken aber erst baue ich hier zu dass wir hier wissen wo das wasser rauskommt oder wo es halt aufhört so es hieß dass das hier egal sei auch wenn die durcheinander schalten so und es hieß wir müssen gar nicht selbst sortieren wir müssen jetzt nur noch in die oberste ähm in die oberste kiste äh in den obersten trichter müssen wir jetzt nur noch äh sagen was im ganzen system nicht drin ist und dann nehmen wir natürlich wie soll es anders sein und dann sieht's also sieht's haben wir so viele zack 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 die bauen wir ein und dann können wir eigentlich schon selbstständig das system dann auch ans laufen bringen ja das war jetzt natürlich zum glück haben wir hinten doch noch einen versorgungsschacht ähm darf ich da weg machen oh ne das war das war jetzt sehr dumm genau weil hier nämlich der comparator war aber wie gesagt der war hier nur ähm ähm comparator ähm comparator so wir müssen nämlich jetzt hier hinten festlegen da soll nichts anderes wo ist das jetzt hin so wir können das mit glas bauen ja deshalb habe ich glaube ich sogar glas dabei aber warte mal wo hatten wir das warum hat er das jetzt einsortiert warum sortiert ihr das ein was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht muss mal gerade nachgucken so Freunde ich habe meinen Fehler gefunden denn mein Fehler ist dass ich hier zu hoch bin mit den Kisten die oberste Kistenreihe darf nicht sein weil sonst wird der Trichter nicht als Sortierfunktion erkannt sondern er probiert einfach direkt da mal äh irgendwas rein zu ballern und das darf er nicht so deshalb gehen wir jetzt her und wir machen hier das so also wir machen da Seeds rein dass nur ein Slots frei ist und jetzt sehen wir auch hier hinten passiert was ja also der comparator der arbeitet auch der nächste auch und so müssen wir das jetzt im Grunde für alle machen die wir hier angeschlossen haben deshalb brauchen wir auch so viele Seeds und äh so viele Trichter so ich mache das jetzt mal kurz fertig dann muss ich mir überlegen was ich wo einsortieren möchte so die sind jetzt alle aktiv das kann man noch zig äh Reihen weitermachen werden wir auch machen und dann fällt mir aber gerade ein dann muss ich hier doch kein Glas machen dann kann ich hier ruhig einen Feststoff nehmen ich mache das jetzt mal so so ähm hier machen wir mal zu sicher ist sicher jetzt setzen wir das Wasser wieder an es ist ja hier noch nichts drin auch in den hier oben da ist noch nichts verteilt also der weiß noch gar nicht was da rein soll wir setzen jetzt hier mal Wasser an okay der Händler ist gerade mal wieder da dann gucke ich mal bis wohin das Wasser geht okay das Wasser geht bis komplett nach hinten weil da hinten haben wir ja ähm einen Absatz drin dann geht es ja wieder 8 Blöcke das ist ganz gut weil ich wollte jetzt da noch nicht irgendwas anderes machen so dann gehe ich jetzt mal nach oben zack weil ich möchte natürlich das gesamte System testen ja das heißt ich nehme mal hier äh ein Stack Cobblestone hier haben wir ein Stack Cleanstone das ist auch ganz gut ein Stack Erde und jetzt habe ich keinen Platz mehr aber das ist schon mal ganz gut also hauen wir hier ballern wir hier ein Stack Bruchstein rein Stein und Erde so und dann gehen wir mal runter und gucken was passiert wir hören es triggert wenn wir hier jetzt gucken gehen sehen wir auch hier werden die Items rausgeschossen wenn wir jetzt gucken füllt sich der hier gerade auf und jetzt bleibt er bei 41 hängen im nächsten auch schon Bruchstein drin warum denn das ist warum er das jetzt gemacht hat kann ich euch nicht sagen eigentlich müsste er nach unten das abgeben wenn die 41 Items erreicht sind aber ist gar nicht so schlecht wenn wir hier vier Doppelkisten Bruchstein haben passt das eigentlich auch bin ich nur gespannt hier ah hier hat er die Erde schon drin hier ist noch frei hier ist noch frei okay so dann haben wir hier unten die Erde hier haben wir den Stein hier haben wir Cobblestone und da ist auch Cobblestone drin das heißt es funktioniert wir haben jetzt bis hier einsortiert jetzt kommen natürlich die ganzen anderen Dinger noch das wird eine ganze Weile dauern da müssen wir drauf hinarbeiten aber es sieht schon ziemlich fortschrittlich aus umbauen werden wir das ganze natürlich auch noch so dass es schön ist aber im Moment ist es erstmal zweckmäßig und das war Ziel für heute ich mach mal gerade hier noch brauche ja immer so ein Thumbnell gut also vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat schaut gerne morgen wieder rein und haut rein macht's gut tschüss